Der König Dera ist heute da, weil er so lange ja nicht war. Das Reich jetzt endlich zu erkunden, zieht er mit Garde seine Runden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Diamanten sind zu teuer. Nein, falsch. Eine neue Folge Let's Play Tale of Kingdoms hier auf Dera's Channel. Und ja, ich habe einfach mal nach dem Diamantenpreis geschaut. Und ja, das ist mir definitiv zu teuer zum Kaufen. Ach, da steht das Gold. Ich bräuchte definitiv mal welche. Ähm, aber nun gut. Äh, egal. Egal. So, was habe ich denn heute vor? Äh, heute ist Folge 18. Das bedeutet, äh, es ist nicht mehr lange. Ich hatte ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, vielleicht in der letzten Folge angekündigt, dass ich Tale of Kingdoms mit Folge... Hm, ich könnte noch vielleicht ein neues Schwert gebrauchen. Und mein Excalibur reinnehmen. Ich hole mir noch schnell ein neues Schwert, sorry. Ja, nee, ich hatte angekündigt, dass ich mit Folge 20, äh, die Folge Let's Play Tale of Kingdoms, nee, die Reihe Let's Play Tale of Kingdoms, äh, beenden wollte. Und ja, während ich hier rumeier, erzähle ich euch einfach nochmal ein paar Sachen dazu. Äh, beziehungsweise dann auch zu einem Comment-Air. Erstmal gucken, ja, ein neues Diamantschwert, weil ich hab damit was vor. Ähm, ja. Ja, jedenfalls, ja, die Luft ist raus irgendwie bei Tale of Kingdoms. Es ging ja eigentlich darum, den Mod zu präsentieren. Und ja, im Mod selber kann ich nicht mehr wirklich viel Neues zeigen, anstellen, machen. Äh, ja, was auch immer. So, sehr schön. Ähm, ja, und deswegen dachte ich mir einfach mal... Warte mal, gibt's hier irgendwo... Irgendwo gab's ein Enchanting-Table. Oder? Zur Not kann ich mir, glaub ich, irgendwo einen kaufen. Hm, Mist. Jetzt hab ich so viel EP-Level, wollt die aufs Schwert kloppen? Auf das Neue? Vielleicht bei den Magiern. Ich muss mal nochmal schnell zu den Magiern. Naja. Ja, auf jeden Fall, mhm, ich dachte mir mal, in dieser Episode werde ich nochmal, weil das auch in einem der Comments, hallo, gewünscht wurde. Äh, ich kann hier die nicht zurückrufen. Na, ich hol mir mal nochmal zwei. Äh, nochmal in einen Dungeon zu gehen. Ich, äh, dachte mir, naja, Dungeon, hm, schwer vielleicht einen zu finden, so spontan. Oder irgendwelche Höhlen einfach zu durchkriechen. Wenn man schon merkt, dass die Typen selbst zu blöd sind, mal eine Treppe runterzulaufen. Hallo? Ja, komm. Oder, ach, das ist ein anderer. Oh, Gott. Ja, ich weiß nicht, ob das was gibt. Ich werde auf jeden Fall nebenlich nochmal die bösen schwarzen Männer heimsuchen. Das hatte ich ja irgendwie, glaub ich, auch mal angekündigt, dass ich das nochmal machen wollte. Aber gemacht hatte ich's dann jetzt endlich irgendwie nicht. Ach, herrje, was ist denn hier schon wieder los? Äh, ich kann auf jeden Fall sagen, recall all defenders to barracks. Das mach ich auch einfach mal. Oho. Ja. Mal sehen, ob ich die... Ich glaub, ich reiß hier einfach mal die Türen raus. Heh, tut mir leid, Leute. Aber es ist im Dienste von König Deras Garde, die groß angekündigt wurde. Im anfänglichen Reim. So muss das sein. Aber meine Priester, wo sind denn meine Priester? Ich hab jetzt nur Magier und Bogenschützen. Ich glaub, ich geh nochmal schnell zu den Priestern gucken. Die süßen Schnuckis. Ähm, ja. Also, jedenfalls, die wollte ich auch noch mitnehmen. Ist hier ein Creeper? Hab ich das verdrängt? Hm, keine Ahnung. Aber ich will mich nicht lange mit Nebensicht, Sächlichkeiten aufhalten. Oh, jetzt werde ich hier wahrscheinlich am besten auch einfach mal diesen machen. Jetzt zum Schluss demoliere ich alles. Ach, hier einfach draufklopfen, wird schon kaputt gehen. So, ich will ja nur, dass meine, äh, Streitkräfte nicht hier an jedem Mist hängen bleiben. Wird hier drin wahrscheinlich schon genug, äh, Probleme bereiten, alles. Äh, hm. Naja gut, ich hol mir einfach mal nochmal drei neue. Hm, kann ich nicht zurückrufen. Kam auch nicht mit zurück. Lasst mich mal durch. Dankeschön. Mitkommen bitte. Ah, sieht eigentlich ganz schön aus. Ist doch viel einladender direkt mit diesem offenen Eingang. Ich wünsche euch alles Gute in eurer, äh, Kirche. Man sieht sich, huch. Man sieht sich im nächsten Leben. Oder im Brunnen. Je nachdem. So, und jetzt, wo alle beisammen sind. Ach, nee. Muss ich diesen Aufgang an meinem Schloss hoch. Äh, der wird doch nicht mal die Hälfte mir am Ende noch folgen, oder? Hm. Naja. Ja, wie dem auch sei. Er kommt einfach mal mit. Äh. So. Ja, fast gut, fast gut. Da kommen einige mit. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, noch Nachzügler vielleicht, die gerade noch so kommen könnten. Nee, okay. So, bevor dann alle Wöhr auseinander gehen. Ja, ach, das reicht doch. Mehr brauche ich doch nicht. Mehr brauche ich doch nicht, um so ein Lager auszuräuchern. Mein Excalibur werde ich mir auch noch mitnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Taste das weiß. X oder V. Ich werde es dann einfach vom Lager ausprobieren. Werd dann auch noch mal Excalibur in Aktion bringen. Weil das auch noch in einem Comment der letzten Folgen gewünscht wurde oder gefragt wurde, ob ich das denn überhaupt habe. Das habe ich. So, ich schaue dann einfach mal, habe ich meine Rüstung an? Jawohl, ich habe meine Rüstung an. Excalibur war X? Nein. V? Nein. Y? Y. Y. Und so. Hm, was fand ich denn da gut? Börse klingt auf jeden Fall super genau. Und hier, äh, weiß ich gar nicht mehr. Bolt. Ah ja, einfach drauf. Oh ja, das war, glaube ich, das mit Explodieren oder so. Jahu. Und, äh. Au. Oh. Äh. Ähm. Ich hoffe. Äh, hallo? Äh. Ich glaube, meine Leute sterben gerade alle. Was habe ich getan? Äh. Hallo? Ähm. Hallo, ihr da oben? Läuft! Jihau! Äh. Ist da überhaupt noch was am Leben? Ja. Uh. Äh. Was war denn das für eine... Oh, ne. Ist einer von mir. Wo ist es denn noch was? Das sind zu viele Einheiten gewesen. Äh. Äh. Ja. Läuft, würde ich sagen, oder? Zwar anders als geplant. Ja, aber... Amüsant fand ich es alle Male. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das Loch direkt so groß wird. Das hat mich etwas aus dem Konzept gebracht, muss ich sagen. Hm. Jut. Aber Lager ist sauber. Lager ist sauber. Hier mal noch Gold einsammeln. Schön. Oh, Moment. Ich muss mal meinen hier Excalibur ausmachen. Oder? Kann ich das ausmachen? Aus. Weg. Nee. Schwert. Nee. Mist. Das läuft. Das geht jetzt alle. Naja, egal. Aber wieder mal... Einer dieser mysteriösen Tunnel Gänge Dinger Nicht machen! Macht das aus! Nicht... Leute! Noch? Macht doch das Feuer aus! Wenn man sich nicht um alles selber kümmert. Ja gut. Ja, irgendwann muss ich das mal noch erkunden. Höchst mysteriös. Ich weiß gar nicht. Ich glaube da hinten in den Felsen hängen hatte ich auch noch eines der Lager erspäht. Irgendwann mal in der Ferne. Können die sprinten? Kommen die klar? Ne. Ah, viele leben da eh nicht mehr. Egal. Egal. Wenn ich nicht mich wieder selber in die Luft... Oh oh. Wenn ich mich nicht wieder selber in die Luft sprenge, sollte das ja funktionieren. Ich spute mich nur einfach... Oh, läuft doch. Ich spute mich nur einfach mal etwas. Ich nehme dann auch das Diamantschwert und packe mal zur Not das Neue direkt daneben so. Dann passt das auch. Was essen könnte ich auch mal zur Abwechslung. Und dann geht's weiter direkt zum nächsten Lager. Dann vielleicht mit etwas weniger Chaos und mal ein bisschen selber prügeln. Ich weiß gar nicht, ob die meisten in der Explosion draufgegangen sind oder ich glaube, durch Feuer sterben die gar nicht. Sonst würden die sich ja selbst beschädigen ständig. Hm. Ich glaube, meine NPCs waren nur so gut. Ich glaube, wenn ich die NPCs nicht gehabt hätte, wovon ich ja... Ah, da drüben. Wovon ich ja allerdings wenig mitbekommen habe, dann hätte das ganz anders aussehen können. Die haben auf jeden Fall... Ach, keine Ahnung. Ich glaube, die Magier haben mit den Blitzen auch ganz schön reingehauten. Man hat ganz schön Donnern hören die ganze Zeit. Ah, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Mir folgt noch einer. Ah ja. Ja, dann ist doch hier König Dera mal fast wieder auf sich allein gestellt, würde ich sagen. Aber das kriegen wir doch hin. Da muss ich jetzt hier auch nicht Acht geben auf diese Bergsteiger-Nubs. Dann mache ich das einfach selber hier. Au. Haha, Idioten. Macht doch das nicht nach, wenn ihr seht, ich bekomme Schaden. Ach, nee. Da mache ich schon falsch vor. Ach, aber es sind halt treue Gefolgsleute. Eigentlich müsste ich es ja zu schätzen wissen, aber ich mag es dann doch lieber, wenn die Leute selbst ihr Hirn anstellen. Ja. Wovon die halt scheinbar einfach nicht sehr viel besitzen. So, mal sehen, vielleicht gehe ich auch mit meinem ganzen Krempel hier drauf, inklusive Excalibur. Hallo. Ah. Uh, 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 uh. Geht direkt los. Oder was? Oder wie, oder was? Oh, ich stehe ja drinnen. Ah. Oh, oh. Na, ihr armen Kühe. Nicht sterben. Ich muss mich mal distanzieren. Es sind irgendwie etwas viele. Ah, hier geht es tief runter. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich muss mich beeilen. Oh nein. Oh nein, die teleportieren sich. Ah. Lenkt sie ab. Lenkt sie ab. Uh. Oh, oh. Oh nein. Nein. Warte, das hat Heal. Da stand irgendwas mit Heal. Das ist gleich voll. Nein. Lauf. Nein. Halbes Herz. Nein. Jetzt dürfen die sich nicht teleportieren. Das ging ja mal nach hinten los. Oh oh. Ah. Habe ich sie abgehängt? Habe ich sie abgehängt? Äh, Y. Was? Healing. Heilt mich das jetzt? Heil mich. Heil mich. Wo muss ich klicken? Was muss ich unterschreiben? Schneller. Das läuft nicht, oder? Drive. Ah. Ah. Okay. also zweites, erstes Lager, Check. Zweites Lager, totales Chaos, taktischer Rückzug, aber überlebt. Liebes Tagebuch, die Sonne geht zu Ende. eine spannende Folge, Tale of Kingdoms, neigt sich dem Ende. Ich möchte noch kurz berichten, stehen jetzt überall Viecher rum, ist mir aber egal. Ich möchte noch berichten, weil das gefragt wurde, ja, es wird eine nachfolgende Let's Play Reihe dann auch geben, um die Lücke zu füllen. Ich habe mir da auch vielleicht schon eine kleine Besonderheit ausgedacht. Ich möchte noch nichts verraten. Wenn sich alles so ausgeht, wie ich mir das erhoffe, dann wird das aber sensationell. So viel sei schon mal gesagt. Äh, ich freue mich selber schon drauf, das auszuprobieren. Da ist direkt der Erste schon hängen geblieben, oder was? Hm. Oh, mit ganz viel Herzchen. Ich habe euch alle lieb. Ja. Wee. Free Hugs. Komm her. Komm her. Komm her, habe ich gesagt. Free Hugs von König Dera. Komm her. Ja, du auch. Komm her. Ja, neue Reihe. Ja, Free Hugs von König Dera. Noch jemand? Ja, komm, ich gehe jetzt. Jetzt gibt es noch einen Free Hug für den Baumeister. Na, für dich auch noch. Hallo. Free Hug. Ja, hallo. Oh, ja, Herzchen. Schön. So, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war, äh, hier, Tale of Kingdoms. Dann gibt es als nächstes, von Tale of Kingdoms, die vorletzte Folge. Uiuiui. Ja, und, äh, dann ansonsten natürlich meine anderen, unsere anderen täglichen Uploads hier auf Derafing Channel. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Herzchen. Free Hugs.